Der Heiland ist gesetzt in Israel zum Fall und auferstehen. Der edle Stein ist sonderschuld, wenn sich die böse Welt so hart an ihm verletzt, ja über ihn zur Hölle fällt, weil sie boshaftig an ihm rennt und Gottes Wut und Gnade nicht erkennt. Doch sich ist ein auserwählter Christ. Der seinen Glaubensgrund, der seinen Glaubensgrund auf diesen Eckstein legt, weil er dadurch Heil und Erlösung findet, weil er dadurch Heil und Erlösung, Heil und Erlösung findet. Erlösung, Heil und Erlösung, Heil und Erlösung. Erlösung, Heil und Erlösung, Heil und Erlösung. Erlösung, Heil und Erlösung.